...sondern auch in der Zirkusfamilie Polenarskörper. Ihr Auftritt steht unter dem Motto, Feuerwehrkameradler kennen keine Grenzen, er retten, flossen, bergen, schützen. Die Feuerwehr hilft allerdings gar nicht. Wie wir wissen, arbeitet die Feuerwehrkameradler Arma Zeppi immer mit vollem Körper. Das ist also der eine, der leider auch mit Körper hat. Und vor allem auch arbeiten sie mit Hand in Hand. Und jetzt heißt es Hüte frei für die Jungs von der Feuerwehr! Einen Applaus bitte! Vielen Dank! Applaus Die Mälder missen! Die Mälder missen! Die Mälder missen! Die Mälder missen! Hahaha! Hahaha! çok sheiler! Genau! Die Mälder missen! Ja, die Mälder missen! Ja! Ja, die Mälder missen! Er ist nicht so sk cribbedürt. Heit! Also vertrekst du vor der Mälder! Das war die Mälder! Ich bin der Sepolik, no! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.